Die Consulner AG ist Pionier auf dem Gebiet des weltweiten Monitorings von Kundenstimmen im Internet, zum Beispiel in Onlineforen, in sozialen Netzwerken. Mit diesem Customer Voice Monitoring unterstützen wir unsere Kunden bei der Früherkennung von Fehlern, von Produktschwächen und bei der konzeptionellen Weiterentwicklung und Neuausrichtung von Produktgenerationen, von Services und von Kampagnen und nicht zuletzt auch bei der rechtlich notwendigen Produktbeobachtung im Feld. Mit dieser Methodik konnten wir zum Beispiel für den Kunden von uns, den Autohersteller, gleich in der ersten Woche nach Neueinführung eines neuen SUVs feststellen, weil die Kunden das im Internet geschrieben haben, dass die Sitzheizung nicht richtig funktioniert. Die ist viel zu heiß gelaufen, die konnte sich nicht richtig regulieren lassen, was an dem Sensor lag, wie später festgestellt wurde. Und dadurch, dass wir das sehr schnell an den Hersteller zurückgemeldet haben, konnte bei den nächsten Produktionschargen dieser Sensor ausgetauscht werden, was relativ billig war. Im Vergleich zu einer Werkstattaktion, wo die bereits im Markt befindlichen Fahrzeuge zurückgeholt werden müssen, der Sitz ausgebaut werden muss und eben der entsprechende Sensor ausgetauscht hätte werden müssen. Wie bei vielen Aspekten der Digitalisierung gilt auch bei diesem Monitoring, dass es durchaus nicht nur was für große Unternehmen ist, wie zum Beispiel Autohersteller oder Zulieferer. Auch kleine, mittlere Unternehmen sollten natürlich wissen, was ihre Kunden im Netz über sie schreiben, über ihre Produkte, über ihre Services, weil wiederum andere Käufer sich natürlich auch im Netz informieren und ihre Entscheidungen darauf aufbauen.